Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time und ich bin wieder mit neuer Motivation hoffentlich aus dem Urlaub zurückgekehrt und Let's Play gerade mal Zelda, weil ich höllisch Bock drauf habe, ich habe auch keine Folgen mehr auf dem PC und falls ihr das merkt, ich gehe das Ganze jetzt mal ein bisschen ruhiger an zum einen, weil ich ein bisschen erkältet bin, aber das ist jetzt wirklich nicht aktiv und zum anderen, weil da mein Mikrofon nicht mehr so arg übersteuert weil, ähm, wo ich mir jetzt mal die letzten Zelda-Folgen angeguckt habe ist mir nämlich auch gefallen, dass mein Mikrofon sehr schnell übersteuert und ich doch ein bisschen blechig klinge, wenn ich zumindest mit dem Kopfhörer, äh, hier na, wisst ihr schon was, ne, hier, äh, anschaue, genau ich überprüfe ja von Zeit zu Zeit auch mal meine eigenen Folgen und deswegen, naja äh, jetzt, äh, wurde mir hier gesagt, mhm, dass wir diese Kästen mit einer Rollattacke zerstören können und dann haben wir nämlich schon mal das Huhn raus, super ähm, Huhn Alter jetzt hört mal auf hier, äh, Huhn du darfst jetzt gern mit mir mitkommen, so, danke dir wir müssen nämlich noch, glaube ich, drei Hühner einfangen wenn ich mich recht entsinne oder waren es zwei oder drei, keine Ahnung ähm, aber wir müssen erst mal gucken wie wir denn am besten die zwei Hühner dahinter den Gitter holen weil hinter diesem Gitter dahinter, das sind nämlich noch zwei Hühner und dazu müssen wir erst mal irgendwie auf dieses Dach drauf da muss ich noch mal sehen, wie das geht, naja, werden wir noch gucken aber jetzt bringen wir erst mal das Hühn zurück in sein, äh, das Hühn, genau das Hühn bringen wir jetzt zurück in, äh, in ihren Stall so ist, glaube ich, richtig, ne, so äh, dann fragen wir dir doch gleich mal, wie viele Hühner brauchen wir noch Moment, erst mal Hohn reinschmeißen und dann Ars King Klasse, du bist richtig lieb bring doch noch die anderen zwei zurück bitte okay, dann bringen wir auch die anderen zwei Hühnchen zurück ähm, schaffen wir es wir schaffen es nicht, darüber zu springen, glaube ich, ne da müssen wir irgendwie hoch zur Mühle kommen aber fragen wir nicht, wie, vielleicht hier durch das Haus er weiß ach du scheiße, ja, da kommen wir ja auf jeden Fall wir sind jetzt übrigens gerade ein Fragezeichen, na, also nochmal so also das für eine Musik, die kann ich, die kenne ich von irgendwo anders noch nicht nur von Zelda hier, obwohl ich die nicht mal von Zelda gekannt habe äh, äh, ah, dieser Fuzzi hier, was, 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 was sagt denn der so ich mag es im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen das macht riesen Spaß ich liebe Musik ich liebe diese Mühle ich will selbst einmal etwas komponieren vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder vom Wind erzählt ja, äh, das kannst du gerne mal machen, ne, also ich kann mir nicht vorstellen na gut, okay, was soll's Künstler sind ja generell alle verrückt das ist ja so eine Grundregel auf der Welt alle Künstler sind verrückt so, ähm um ehrlich zu sein, habe ich jetzt nicht wirklich eine Ahnung, was wir hier denn jetzt machen können ha, also in der Mühle können wir hier jetzt erstmal wirklich gar nichts machen weil hier kommt definitiv nirgendwo da hoch so ein Hard Container oder was es da ist oder, keine Ahnung kommen wir auch nicht hoch und können wir denn irgendwie warte mal, Moment ich probiere das mal ah, ich will jetzt hier nicht ich will nicht die Okavina spielen so ich will jetzt hier einfach nur nach oben schauen diese Steuerung wird mich eines Tages noch umbringen das sage ich euch, ey so, jetzt hier raus, bitte so, danke dir äh, ne, da hochkommen wir irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir nicht da hochkommen äh, den den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ansprechen weil das haben wir ja schon in der letzten Folge gemacht so kannst du dich mal wieder aus dem Weg machen, du scheiß fetter Sack auch Fettsack genannt so ähm, von hier können wir auch nicht zum Mühle hoch das ist ja schon mal sehr geil okay dann werden wir auf den Friedhof gehen ihr wurde ja auch in den Kommentaren gesagt übrigens nochmal danke an die, die regelmäßig hier Kommentare schreiben und so, ne aktive Abonnenten sind ja immer schön die wichtigsten und das ist auch gut, dass ihr das so macht ähm, wir wurden noch gesagt, dass wir auf dem Friedhof zwei interessante Dinge sehen, äh, finden können das sind nur jetzt ein paar kleine Spoiler aber ich habe so mit Spoilern jetzt nicht unbedingt mein Problem in einem Rollenspiel weiß ja nicht oh, schönes Pisswetter so, können wir irgendwie dahinter da ist nix mehr wir suchen einfach mal den ganzen Friedhof ab vielleicht finden wir irgendwas, womit wir dann die Hühner überzeugen können mit uns zu gehen ach, wer weiß, ne kann ja sein hier ist jetzt erstmal irgendwie nix du hast mich angelogen ne, äh, Quatsch wo, wo finde ich denn hier zwei interessante Dinge vielleicht hier drin ich gehe einfach mal da rein so Ruhe okay es ist erst 16.13 Uhr Boris, der Totengräfer, schläft noch was? genieße einen Spaziergang auf dem Friedhof und komm später wieder das glaube ich jetzt nicht der schläft noch okay das ist sehr mysteriös so, können wir hier was machen kämpfen mehr können wir hier nicht machen so, da hinten ist da irgendwas ne was sagt eigentlich Nandi so alles ne, nix okay gut äh, hier lässt sich auch nicht mehr wirklich viel machen und die Gräber ah, lesen rest in peace hier ruhen die Seelen derer die der Königsfamilie von Hyrule ewige Treue geschworen haben über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Schieker Beschützer der Königsfamilie und der Bauer Kakarikos okay wissen wir das auch so, hier äh, das ist nur ein ganz normales Grab da können wir meines Wissens nach jetzt erstmal nichts erledigen, ne die leuchten jetzt so ein bisschen blöd auf sieht so aus, als können wir da irgendwas Aktion ausführen aber es sieht nicht so aus ne, mit Gräbern können wir leider nicht sprechen wir probieren ja am besten mal alle Gräber durch vielleicht verpassen wir ja irgendwas, ne ne, auch nix aber die leuchten ja so merkwürdig auf also irgendwas muss halt auch dahinter sein okay, was ist das hier? sieht so nach einer Mulde so ein Arschloch von so einem Laubkerl irgendwie ne, ist nix also um ehrlich zu sein bin ich jetzt zu doof oder so hier was zu finden, oder boah wir können ja nochmal ja, hier die Büsche zerstören da finden wir aber, glaube ich, nur Geld und Geld können wir eh nicht mehr aufnehmen den Stein werde ich auch gleich mal aufheben keine Angst, ne ich probiere ja alles durch deswegen kann das Let's Play auch mal so seine 10 Millionen Folgen dauern ne, mit diesen Käfern können wir auch nix erledigen schade Geld können wir eh nicht mehr aufnehmen hab ich, glaube ich, schon mal gesagt jetzt gucken wir nochmal das Schild an äh war auf jeden Fall eine gute Option, ne das wollte ich eigentlich gar nicht, ne ich wollte das Schild lesen nicht zerstören naja, egal gut, äh die Blumen hier, die haben, glaube ich, auch nicht viel zu sagen gut da reden wir jetzt mal mit diesem Fuzzi noch und dann war's das eigentlich auch schon was wir hier auf dem Friedhof machen können, also kleine Kinder dürfen an der grausigen Grabgrusel Tor leider nicht teilnehmen das haben wir in der letzten Folge schon mal gehabt, klar äh, ja okay doch, du siehst schon ziemlich merkwürdig aus so bleich wie so ein Gamer und auch so hobbylos äh ich glaube, den Witz habe ich in der letzten Folge auch schon mal gebracht, oder? der war auch sehr flach egal so, weiter geht's wir, äh, können auf dem Friedhof wahrscheinlich können wir da was machen aber ich habe keine Ahnung wie aber, ähm, wir werden jetzt erstmal hier diesen Kasten zerstören so, da ist besonders viel drunter hätte ja sein können ist hier vielleicht noch irgendwas, was uns was hilft außer Geld das bringt uns nämlich nicht mehr wirklich viel aber irgendwas müssen wir in der Mühle machen da bin ich mir zu 100% sicher, dass irgendwas in der Mühle muss da gemacht werden weil oben gibt's ja keinen Eingang von der Mühle und hier kommen wir nicht rüber wir können ja beim roten Haus nochmal wie kommt man da rüber, Mensch? der Hinterausgang von dem anderen Haus der sieht mir schon mal sehr verdächtig aus man kann nicht gut reimen das war übrigens ein ungewollter Reim, ne? nochmal so, nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt hier irgendwie poetisch begabt sein will und das nicht bin so traurig ich weiß so, jetzt machen wir nochmal den Kasten kaputt auch nix drunter den haben wir ja schon mal kaputt gemacht da war das Hühnchen drunter äh, und jetzt den Hinterausgang von diesem Haus da müssen wir irgendwie raus ich hab schon wieder was gereimt gibt's hier denn da hinten der versperrt uns diesen Scheiß-Drecks-Ausgang ein Shop, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst da fällt mir nur Diebstahl ein du findest, das wäre keine gute Idee? och doch, Diebstahl ist immer gut na? äh, könntest du dich ja bitte dafür pissen weil ich möchte gern zum Hinterausgang raus ach, wisst ihr was? ganz Kakarigo kann mich jetzt mal genüsslich am Arsch lecken ich werde jetzt alle Quests mal in Kakarigo vorübergehend abbrechen und mich dann dem Feuertempel widmen so oh, das scheint in der Tat es ist Zeldas Handschrift äh, das scheint in der Tat es ist Zeldas Handschrift lass mal sehen hm, na gut dies ist Link er hat den Auftrag Hyrule vor dem Untergang zu bewahren Prinzessin Zelda ha, was ist denn das für ein seltsames Vorhaben wie dem auch sei du kannst passieren Zwergenheld haha okay, Sesam öffne dich äh, so ähnlich ach, Herr Nachwuchsheld falls du planst den Todesberg warte mal Moment den Epic Todesberg zu besteigen solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten der Vulkan ist noch immer aktiv scheiße Mann, jetzt müssen wir wieder zurücklatschen ey oh, leck mich auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest wenn du ihnen sagst dass ich dich geschickt habe machen sie dir sicher einen Sonderpreis denkst du aber deine Ausrüstung würde genügen dann laufe ruhig weiter übrigens kann ich dich um einen Gefallen bitten du musst es nicht tun aber inneren habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule über diesen Laden spricht zur Zeit jeder mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit ihm eine Maske zu kaufen doch leider fehlt mir er fehlt mir die Zeit könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen ich meine nur wenn du zufällig nach Hyrule kommen solltest wie gesagt ich kann hier nicht weg mein Job weißt du ja ne seufzt so ähm gut ich werde mir jetzt mal kurz was aufschreiben und zwar Moment ohne hier meine Stoppau wegzuziehen wir müssen folgende Dinge machen wir müssen uns erstens Lateinvokabeltest wieder zu notieren wir müssen erstens ein Schild kaufen so aufschreiben Schild kaufen und wir müssen zweitens eine Maske für den Wachen holen denn die Folge ist gleich zu Ende wie ihr sicher wisst ich werde jetzt noch Richtung Hyrule Latschen landern Quicksafe reinhauen und äh genüsslich die Aufnahme beenden oder noch eine machen wer weiß die Stoppau fängt nämlich gleich an zu piepen und äh gut so dann gehe ich mal vor das Tor dass ich morgen auch noch weiß wohin ich denn wollte so hier haben wir mal ein Quicksafe rein ich hoffe euch hat es gefallen die Folge natürlich äh wie gesagt wieder die Challenge für euch schafft ihr es 10 Daumen nach oben zu geben euch 10 läppige Daumen das ist doch nichts ey also kommt naja also wie gesagt schafft ihr es 10 Daumen nach oben zu geben würde mich echt freuen wenn ihr das schafft äh unter den Kommentaren könnt ihr gerne was spoilern wenn es nicht zu naja ihr wisst schon was ich meine nicht zu stark gespoilert ist so meine Stoppau pieps dann auch gleich ich halte mich hier ganz streng an den Zeitplan ich bedanke mich fürs Zuschauen man sieht sich beziehungsweise hört sich im nächsten Letztplay bis dennne na ciao ciao auf 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 eu Untertitelung des ZDF, 2020